hallo und herzlich willkommen ich bin lautschmann spiele soll ich wieder zu little miss fortune da sind wir wieder mit der kleinen und ja so es ist es 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 This pool smells like a toilet, because I pee on it. That is disgusting. Not as disgusting as when my daddy puked in it. That was disgusting. Ja, okay. Auto? This is where daddy often sleeps. Daddy? Na, schläft der jetzt mal nicht drin? Wo? Oh. So? Damn it. I never get to pet the sweet animals. So, before we continue, you need to know the rules of the game, Miss Fortune. Alright. Remember, you will be given choices on your journey. Okay, seriously? There is no right or wrong, only consequences. Okay, okay. Only consequences. When you beat the game, the prize of eternal happiness is yours. I'm ready. Your next mission is to cross this road. Alright, I can do that. Look to the left, look to the right, any course? No. Okay, I'm going. Okay. Whoa. Holy shit. I saw a monster. What monster? I didn't see anything. I was there. I saw it. It's probably just your imagination. Yeah, that's true. I have a very big one. Just keep going. We'll have so much fun. Alright. Okay, let's go. Let's go. Look, a sleepy bird. Come on, Miss Fortune. Let's go now. Come, glitter. Have we got glitter? Yeah. Look, a sleepy bird. Come on, Miss Fortune. Let's go now. So, okay. Oh, man. Whoa. It's getting here. Oh, man. Come on. Kill money games presents. An Interactive Story by Isaac Martinson und keine Ahnung wer das andere war. Wow! Little Misfortune Created by Isaac and Natalya Martinson glaube ich war das. Das ist ein Ebra, sehr schön. So gehen wir weiter. Was machst du mit dem Hündchen? Spiel mit ihm? Lass ihn frei. Genau. Wir spielen mit ihm. Ich will spielen mit ihm, damit wir eine schöne Zeit zusammenbauen können. Good choice. Now, throw the ball at it. What ball? This ball. Ah, das ball. Okay. Oh man. Uh oh. Puppe! What did I do? It's all broken now. Mr. Voice, everything I touch breaks. What's wrong with me? There's nothing wrong with you. Sometimes life is just unfair. But I'm here for you. Really? Thank you. Well, sadly, the puppy will miss the party now. What party? The owner of this dog, George, is having a party. I think you have to go and tell him about the accident. Oh nein. What accident? Ah yes, the puppy, yes. Let's go. It's just a bit farther ahead. Alright. Should we take the ball with? Ah, red ball, puppy killer. I'm sorry I broke you, puppy. I really am. Maybe we can play later. You know? When I'm broken too. Okay. Oh. Süß. I'll take the party heart as a symbol of our friendship, puppy doggy. Yeah. For your dead, for... For a hundar. Aha. It says no dogs allowed. Oh really? Okay. Okay. Oh nein. Oh no. I step on doggy do. Oh. Sweet. I can see my footprint. Let's see what came out. I'll see a lot of glitter and... Is that rice pudding? What? I can't watch this anymore. Please, let's keep moving. Haha. 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 What's up here? That sign doesn't work. Do you see all the crap lying around? That's a good observation, Miss Fortune. Haha. Thank you. Thank you. Haha. So, Miss Fortune. At the other side of this lake, you will be one step closer to the prize of eternal happiness. And that party, right? Ah, yes. That too. Mhm. Guck mal, wie vermüllt das alles ist. You know, once at this lake, I got my head stuck in a plastic bag. I remember falling asleep and waking up in the hospital. That's terrible. Yeah. Yeah. I almost died. Oh, ho, 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 ho. You know, once at this, I remember falling asleep. That's terrible. I almost died. I almost died. Yeah. So. Alter. Oh. Krass Scheiße. Was denn jetzt passiert? Oh. What's happening? I think you're in big trouble, Miss Fortune. Yeah. Tell me about it. Where are these birds taking me? I have no idea. But you have to do something about it. Fast. Alright. Wie kannst du dich von den Vögel lösen? Tritt ihnen die Eier. Wirft Glitzer auf die Eier. Ja, genau. Tritt ihnen die Eier. Mommy told me once, if guys are annoying me, I should kick them in the balls. And I asked, where are these balls? And she stepped between the legs. Alright, that sounds like a plan. Alright, here I go. I'll kick. It's done, I think. It worked out. It's done, right? He let's go. We have to go. We have to go. Oh. This has taken a long time. We didn't even go that high up. Well, time seems to slow down when we are in danger. Am I in danger? Aber echt, ein ganz ruder bird, war das? Willst du George von dem Unfall mit dem Hündchen erzählen? Ja, was ist denn eigentlich? Okay. Alter, was ein Steg. Oh nein. Freilassen, oder? I would like to return it. It smells fishy. Bye, bye fishy fishy. Ich glaube, wir sind jetzt bei der Party angekommen. Tatsächlich. Oha. Ich bin ein bisschen nervös, über mich zu erinnern. Du wirst gut machen. Du bist wunderschön, die Wahrheit über die Puppe zu erzählen. Stop it. Ich mache es für die Puppe, du weißt. Genau. So. Oh, da ist schon einiges tot, wie es aussieht. Sollen wir erstmal klingeln? Ja. Okay. 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 Ah. Wer ist das? Ist das George? Oh, was geht hier ab? Hallo? Hallo? Was ist das, Miss Fortune? Nichts. Das war ja gruselig. Gibt Keine Ahnung. O 신�きimlich. Ich bringe wirklich bad news. Oh nein, warte. Es sieht aus, dass er sich hängte. Hängte sich? Wie ein Piñata? Ich würde ihn wie ein Piñata schießen? Nein, Frau Fortune. Er ist tot. Tot? Aber er ist mit einem Pferd-Sweet-Boot. Er kann nicht tot sein. Oh, okay. Hey, Miss Fortune. I think this party is over. Let's leave. I'll meet you in the back. George, you know? Now that you're dead, your puppy is gone. I like the puppy. Bye. Okay. Ja, komm hier. Ein bisschen Flitze hast du verdient. Happiness to George, die Piñata! Hahahaha. Alter. So. Oh, was ist das? Ich glaube, es ist nicht fertig. Äh, reparieren. Ja, mir reparieren es mal ganz schnell. Hahahaha. Schau, ich bringe deinen Pferd zurück. Du bist willkommen. Ein Penishund. Oha. Freak'n Pferd. Dank'n sie kamen, ich kam natürlich nach dem Pferd. Ja. Pricksvögel. So. Okay, dann gehen wir mal wieder. So. Äh. Ach so. Aber wir können da gar nicht lang laufen. Okay, dann beeilen wir uns mal kurz. Oder können wir da nicht vorbei? Ach doch. Okay, I'm here now. Let's go into the woods and get that eternal happiness. Yes. Okay. Eternal happiness in the woods? Warum nicht, ne? Äh, ein bisschen in den Wald gehen. schadet dem Kind nicht. Oh, I love the woods. With the trees and the birds and the animals. Dangerous animals, Miss Fortune. You might run into a fox. A fox? Like Benjamin? Yes. But all foxes are evil. So keep your eyes open. Oh, alright. Okay. So. So. Oh, man. Oh, eine Voodoo-Puppe. Hm. What's this? A doll? Alles beginnt mit dem Lied einer Dole. Everything begins with the song of a jackdaw. Oh, alright. Okay. Hm. Interesting. I'll keep it. Hey. What do you have there? Nothing. Hehe. Haben wir irgendwo das Invertar? Ja, wir können aber bestimmt demnächst öffnen. Oha. What is it? A wild, dangerous fox. Wait. I recognize that black tail. It's Benjamin. It doesn't matter. Attack it before it kills you. Nah. I don't think Benjamin will kill me. Hehe. Hello. Is your name Benjamin? Do you want to play with me? Oh no, don't go! Wie unhöflich. Puh. Oh, what a relief. We are safe now. Let's keep playing my game. Okay. What? There's a magical cave nearby. You need to find it. A magical cave? Okay. 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 Oh, it looks like Benjamin likes to paint. That's pretty cool. I like that in a fox. Hehe. Focus, Miss Fortune. We need to keep going. Oh, okay. Oh, man. Oh, man. Wow. Hat die ansonsten sich gar nicht bemerkt gerade eben. Police, okay. Okay. Äh, ja, Schild sieht sie jetzt erstmal nicht. Sie sehen nicht, Magikans. Sie sehen nicht einfach, Magikans. Sie warten bis dahin. Äh, ich bin der Säme. Ich habe eine Frage. Was das Säme bedeutet? Oh, ich weiß nicht. Sparkle? Ah, cool. Also, wenn du bereit bist. Ah, ich habe eine Frage. Ja, man geht nicht hier, oder? Ja. Oh, ich kann nicht erwarten, zu sehen, die Magikanside. Ja. Oh, diese Hälfte ist großartig. Echo. Well, wir schauen uns die Hälfte. Okay. 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 Hm. Ich bin nur schweig. Es gab keine Echo. Es war ich. You're a real comedian, Miss Fortune. Aber echt. Thank you. Thank you. Ach, ist die cute. Ja, äh, das soll es mal wieder gewesen sein von Little Miss Fortune. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es so ist. Ich feiere das Spiel total. Gebt mir gern ein Like, beziehungsweise für die Folge ein Like. Schreibt gern was in die Kommentare, wie ihr es bisher findet. Und, äh, ja, dann sehen wir uns schon morgen bei der Folge 3 von Little Miss Fortune. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, pi.